Jesus sagt, Sorgen und Angst sind nutzlos. Vertraut mir, habe ich nicht die komplette Kontrolle über das ganze Universum? 12. Oktober 2015 wurde von Jesus durch Schwester Claire gesprochen von Jackie. Claire begann, Herr, ich danke dir, dass du bei uns bist heute Abend und dafür, dass du uns die Waffen gibst, die wir gegen den Feind brauchen, wenn er uns mit Sorgen und Angst angreift. 13. Der Herr segne euch, Herzbewohner. Er gibt uns heute Abend einen wirklich guten Lehrgang, um uns zu helfen, stark zu sein gegen die Angriffe, die auf uns zukommen. 14. Da waren heute einige Dinge auf meinem Herzen und in meinen Gedanken. Ich traf einige Entscheidungen und wir haben einige Dinge in Angriff genommen. 15. Und da lag auch eine Veränderung in der Luft. 15. Herr, was möchtest du uns heute Abend sagen? 16. Sorgt euch nicht. Wirst du aufhören, dir Sorgen zu machen? 17. Ist es das, was es ist, Herr? Ich habe mich so unsicher gefühlt. 17. Es ist so vage, dass ich nicht in der Lage war, herauszufinden, woher es kam. 18. Aber wir trafen einige Entscheidungen heute und machten weiter. 18. Ja, das ist es. Ich bin mit euch. Ihr habt das Richtige getan und ich werde es segnen. 19. Aber du musst mir vertrauen und aufhören, dir Sorgen zu machen. 20. Nun, Teil davon ist, dass die Besitzer des Grundstückes, auf welchem wir seit 14 Jahren leben, jetzt in unsere Umgebung zurückgekommen sind. 20. Sie möchten sich hier zur Ruhe setzen und sie richten das vordere Haus her, welches ein Badezimmer brauchte, und sie planen, dort einzuziehen. 20. Schlussendlich werden sie dieses Haus auch wollen. 21. Aber wir haben jetzt über 14 Jahre hier gelebt und eine grosse Geldsumme investiert in Reparaturen und Verbesserungen, in der Hoffnung, dass wir es ihnen eines Tages abkaufen könnten. 21. Aber sie scheinen nicht daran interessiert zu sein und ausserdem haben wir nicht wirklich etwas, das wir ihnen anbieten können. 22. Aber ich ging zum Herrn damit, weil wir hier gut eingerichtet sind und dieser Ort so perfekt ist für uns und die Nachbarschaft hat sich sehr verändert, seit wir hier sind. 23. Der Herr sagte mir, dass er alles unter Kontrolle hätte, also habe ich jeden Tag gekämpft, ihm zu vertrauen. 24. Ich sehe jene Arbeiter kommen, die am Badezimmer arbeiten, und ich weiss, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor sie dort einziehen. 25. Und ich mache mir Sorgen und muss jetzt jene Sorge laufend beiseite schieben und dem Herrn vertrauen. 25. Also, sagte er, und du sorgst dich? 26. Ja, Herr, ich mache mir Sorgen. 27. Sorgen und Vertrauen können nicht zusammen existieren. 27. Du musst aufhören, dir Sorgen zu machen und anfangen, mir zu vertrauen, dass ich bei dir bin und dass du in meinem Willen bist und dies unter meiner Kontrolle ist. 27. An jenem Punkt dachte ich, 28. Ich brauche eine Bestätigung. 28. Ich rief es Sekel und sagte, Liebling, ich brauche ein Wort von dem Herrn. 29. Bin ich auf der richtigen Schiene hier? 29. Er öffnete die Bibelverheissungen und bekam Heiliger Geist. 29. Es kann nicht besser kommen als das. 30. Also sagte ich, okay, dies ist der Herr. 30. Dann fing der Herr wieder an zu sprechen und er sagte, 30. Meine Liebste, ich werde dich nicht stolpern und fallen lassen. 30. Ich werde dich nicht enttäuschen. 31. Ich führe euch beide, weil eure Herzen sich meinem Willen beugen. 31. Bei allem habe ich meine Gründe. 31. Jetzt möchte ich über Vertrauen sprechen. 32. Dies ist viel zu selten unter meinen Bräuten. 32. Meine Lieben, durch eure Verbindungen seid ihr der Welt so ausgesetzt. 33. Nicht, dass ihr es so wollt, vielmehr aus Notwendigkeit. 34. Also müsst ihr eure Herzen noch mehr schützen, damit die Gedanken und Ängste der Welt nicht einsickern und eure Gefühle einfärben. 34. Angst ist das Werkzeug Nummer 1 des Feindes. 35. Angst und die Reaktion darauf, Sorgen, sind weit verbreitet in dieser Welt. 35. Um sie bekämpfen zu können, müsst ihr wachsam sein, noch wachsamer. 36. Es sind die kleinen Füsse, die den Weinberg verderben. 37. Wenn der Feind euch dazu bringen kann, dass ihr euch um ein kleines Ding sorgt, ohne zu bemerken, was es ist, kann er so oft ein anderes Ding finden und noch eines. 38. Und schon bald hat er eine Gewohnheit errichtet und ihr sorgt euch und habt Angst. 39. Deine arme Mutter war eine echte Sorgenträgerin. 40. Sorgen waren das, was sie ins Grab brachten. 41. Eigentlich sind Sorgen ein Hauptfaktor fürs Altern. 41. Und als er das sagte, dachte ich, 41. Oh Herr, bist du sicher, dass es du bist? 41. Er fuhr weiter und sagte, 42. Wenn es irgend so etwas wie einen Jungbrunnen gibt, wäre es, Vertrauensströme zu generieren 42. Und dies ist, was ich euch anbiete. 42. Vertrauen, vertrauen in den Herrn mit eurem ganzen Herzen. 43. Verlasst euch auf mich. Und als er das sagte, entschied ich, die Bibelstelle nachzusehen, damit ich es hier anführen kann für 43. Und dies ist, was geschrieben steht. 44. Vertraut dem Herrn mit eurem ganzen Herzen und verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis. 45. Kennt ihn auf all euren Wegen, und er wird all eure Wege begradigen. 46. Seid nicht weise in euren eigenen Augen. 47. Fürchtet den Herrn und entfernt euch von Bösem. 47. Und dies war der Knüller, Leute. 48. Dies hat mich wirklich getroffen. 49. Dies heilt eure Seele und befeuchtet eure Knochen. 49. Und dann lachte der Herr und sagte, 49. Erwischt! 49. Siehst du, du vertraust mir nicht einmal mit diesem einfachen Wort. 50. Du dachtest, Jungbrunnen, höre ich Dinge? 50. Aber ich habe dich erwischt. 50. Ich musste lächeln. 50. Ja, du hast mich wirklich erwischt, Herr. 51. Du hast mich in meinem Unglauben erwischt. 51. Gut, das ist die zweite Bestätigung, die du von mir bekommen hast heute Abend. 51. Würdest du bitte entspannen? 51. Okay. 52. Ich danke dir. Jetzt zurück zu unserem Thema. 51. Sorgen. 52. Sorgen sind nutzlos. Was nötig ist, ist Vertrauen. 53. Wie kann meine Braut mit diesem Angst- und Sorgenangriff umgehen? 53. Mit Glauben an und Vertrauen in mich. 54. Ich bin zuvor durchgedrungen und ich werde wieder durchdringen. 54. Ich bin der Gott der Durchbrüche. 55. Wenn ich möchte, dass ein Planet verschwindet, zerspringt er in Stücke und dessen Trümmer fliegen durch das Universum. 55. Wenn ich die Umlaufbahn eines anderen Planeten ändern möchte, gebe ich ihm einen kleinen Stupser und er dreht sich in eine andere Richtung. 55. Wenn ich möchte, dass der Tag anbricht, hebe ich die Sonne hoch und wenn ich genug hatte, lege ich sie wieder schlafen. 55. Habe ich nicht die völlige Kontrolle über die Elemente? 55. Aber dann sage ich zum Menschen, hier ist eure Erde. 55. Lebt darauf. 55. Dann beobachte und warte ich, um zu sehen, was der Mensch tut. 56. Und wenn die Zeit reif ist, nehme ich sie zurück und erneuere sie in der Pracht, in der ich sie erschaffen hatte. 56. Ich entferne die Andersgläubigen, die Unruhestifter und übergebe sie den Gerechten und Demütigen. 57. Dann gebe ich ihnen göttliche Weisheit, um sie zu verwalten. 57. Wenn böse Männer anfangen, Probleme zu verursachen, vereitle ich sie. 57. Sie müssen warten, bis ich wähle, es zuzulassen. 58. Wenn meine Kinder und meine Bräute sich mir zuwenden mit einem reumütigen Herzen, gewähre ich ihnen Barmherzigkeit und mehr Zeit. 59. Obwohl die Bösen mit ihren Zähnen knirschen, müssen sie trotzdem warten. 59. Es ist meine Entscheidung, Kriege zuzulassen und durch mein Eingreifen werden Kriege beendet. 60. Erkennst du nicht, wie alles unter meiner Kontrolle ist? 61. Also, warum lässt du zu, dass dich kleine Dinge beunruhigen, wie zum Beispiel, wo du wohnen wirst, was du essen wirst und was du tragen wirst? 61. Wenn du den ganzen Umfang der Dinge betrachtest, sind dies törichte Sorgen. Es sind genau jene Dinge, nach welchen die Heiden trachten. 62. Kümmert euch lieber darum, meinen Willen zu tun und rechtschaffen zu leben. 63. Wenn ihr die Nackten und Armen seht, seid wie mein Vater, kleidet und nährt sie und helft ihnen, ihre Bedürfnisse zu decken. 64. Wisst ihr nicht, dass bis zu jenem Grad, wo ihr für meine Bedürfnisse sorgt, ich für eure Sorgen werde? 64. Wisst ihr, warum einige Wunder empfangen und andere nicht? 65. Da gibt es viele Gründe, aber einer ist, dass einige sich um andere kümmern und einige kümmern sich nur um sich selbst. 65. Jene, die sich um andere kümmern, haben einen besonderen Platz in meinem Herzen und zur angemessenen Zeit komme ich mit einem Wunder zu ihnen. 66. Du hast dies bemerkt, weil ich deine Aufmerksamkeit darauf gelenkt habe, Claire. 67. Ich würde fast zu euch sagen, meine Bräute, wenn ihr euch nicht um meine Dinge kümmern, solltet ihr beunruhigter sein für euch selbst, ausser dass ich euch den Zugang zu meiner Barmherzigkeit niemals verweigere. 67. Ich hoffe, dass während ich meine Barmherzigkeit an euch immer mehr offenbare, dass ihr mir immer ähnlicher werdet und jene, die verletzt sind um euch herum, mit Barmherzigkeit überschüttet. 68. Oh, da gibt es so viele Dynamiken, die ihr euch nicht bewusst seid. 69. Aber wenn ich eine Seele sehe, die in ihrem Herzen ein unendliches Vertrauen trägt mir gegenüber, kann ich ihr das, was richtig ist für sie, nicht verweigern. 70. Sie hat die Quellen meiner Barmherzigkeit angezapft mit ihrem Gefäss des Vertrauens und je grösser das Gefäss, umso mehr Barmherzigkeit kann sie erlangen. 70. Ihr habt also jetzt die Waffe aller Waffen in eurem Besitz. Jesus, ich vertraue dir. Sagt dies von Herzen jedes Mal, wenn der Feind Angst und Sorgen schüren möchte. Ja, dies wird euer Durchbruchgeständnis sein. Wiederholt es oft, indem ihr die Bemerkungen der Dämonen komplett ignoriert. Ihr werdet ihnen in der Tat viel Angst, Sorgen und Verwirrung verursachen. An jenem Punkt fing ich an zu lachen. Ja, du kannst darüber lachen, es ist lustig. Ja, Herr, ich kann sie gerade hören, wie sie auf- und abspringen, rot im Gesicht, schreiend. Hast du mich nicht gerade gehört? Du wirst deinen Job verlieren. Du wirst an Krebs sterben. Deine Frau wird dich verlassen. Gott wird dir nicht helfen. Du bist ein Sünder. Und eure passende Reaktion darauf ist, euch komplett taub zu stellen für ihre Lügen und ein einfaches Geständnis an mich. Jesus, ich vertraue dir. Ende der Geschichte. Dies ist eure Waffe, meine Bräute. Ist es zu einfach? Sucht ihr nach etwas, das intellektueller oder biblischer klingt? Es tut mir leid, wenn ich einige von euch enttäuscht habe. Aber es ist Zeit, den Drachen auf dem Schlachtfeld zu erschlagen mit einem einfachen Schlag eures Schwertes. Alle Argumentationen der Welt werden euch nur verwirren. Denkt ihr nicht, dass die Teufel sehr clever sind, im Argumentieren? Ich sage es euch, das sind sie. Was sie nicht haben oder verstehen, ist Glauben und Vertrauen. Es ist ihnen völlig fremd und doch besiegt es sie jedes Mal. Ja, der blosse Glaube eines Senfkorns bereitet ihren verzwicktesten Plänen ein Ende. Sogar die Pläne der Mächtigen werden durch den Glauben des einfachsten Gläubigen mit dem Gemüt eines Kindes vereitelt. Nun habe ich euch mächtige Waffen gegeben für die Kriegsführung. Geht hinaus, schwingt euren Glauben und entmutigt den Angriff und wir werden den Sieg erlangen. Ich bin mit euch. Geht hinaus, schwingt euren Glauben und Vertrauen.